Am Montag steht mit einer Warmfront markanter, regional aber auch unwetterartiger, gefrierender Regen auf dem Plan. Aufgrund dessen gibt es zum heutigen Tag eine Warnübersicht mit ersten Informationen. Die genannte Warmfront erreicht am frühen Montagmorgen den äußersten Westen Deutschlands und zieht bis zum Montagmittag zur Mitte voran. In den meisten Regionen fällt dabei in den ersten Stunden Schnee, später geht der Schnee in Regen bzw. gefrierenden Regen über. Der gefrierende Regen kann in einigen Regionen über mehrere Stunden hinweg anhalten und mäßig ausfallen. Aufgrund dessen sind unwetterartige Entwicklungen zu erwarten. Besonders in den hier rot markierten Regionen muss verbreitet mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Weitere Details folgen in den kommenden Tagen.